Ich heiße Claudia Wagner, ich mag Alex so süß aus diesen Monat und nächstes Mal wünschst du eine neue Staffel von Moonlight, Staffel 2 von Moonlight und gerne neue Filmserien. Nächste Mal, ich fest und drauf, ich sage, ich werde es vorne eröffnen, ich bin besitzt, ich sage, ich bin Alex im Beruf besitzt und ich wünsche mir ein neues Film auf Moonlight und gerne so zusammen mit neuen Filmserien, deinen Ex nicht zusammen, ich gerne zusammen. Dir einen neuen Film machen und so, okay, deinen netten Facebox schicken und er eine Filme schicken, die ich darf machen, wenn er nichts erkennt, er lasst später Monatis darf und kann meine Filme rein. So, okay, süß, Ende, Claudia Wagner.